Hi und willkommen zurück zu Mega mit einer ganz, 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 ganz besonderen Folge, denn das ist wahrscheinlich die letzte Folge von Mega, deswegen bewerte den Part und viel Spaß, weil es gibt folgende Sachen. Zum einen fängt es langsam an zu ruckeln, warum das so ist, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, aber ich zeige euch, wie man das nächste Mal das verhindern kann, dass sowas passiert, gerade bei so einer Anlage. Aber ich muss dazu sagen, dass das echt lange gedauert hat, weil wir arbeiten ja nur auf vier Chunks, also vier geladene Chunks haben wir hier nur in der ganzen Welt und dafür ist das echt gut und ist auch lange durchgelaufen, deswegen Hut ab an das Modpack, richtig gut ausgeglichen, auch die Version 1.18 richtig gut, deswegen alles okay. Okay, so zum einen bauen wir jetzt erstmal die größte Diskette, ich habe ja die ganze Zeit, ich habe die ganze Zeit gecraftet und gemacht, Prozessoren gemacht, den Prozess der Prozessorencrafting verbessert und wenn man jetzt mal ganz kurz guckt, hier da ist sie, die 256 Millionen Mega Items Storage Cell, da passen relativ viele Items drauf, auch nur 63 Typen, okay. Wenn man jetzt sag ich mal 63 verschiedene Schränke drauf hat, passen da nur 63 Schränke drauf, ist ein bisschen verschwenderisch, aber prinzipiell passt da super viel drauf und wenn ich die jetzt crafte, braucht man nicht mehr viel und wenn ich jetzt auf Start gehe, oh 461 Bytes, das ist einfach so geil, sollte die eigentlich relativ schnell da sein. Genau, das funktioniert auch, da hatte ich den nicht richtig eingestellt, dass die Items rausgezogen werden und fertig, so jetzt haben wir die größte Diskette, eine davon und jetzt achten wir mal drauf, wenn wir noch eine bauen wollen würden, ja dann wird es schon wieder schwierig, weil dann müssen wir schon wieder 5000 Logic Prozessoren bauen und ja, das wird halt immer teurer, so zwei würden wir vielleicht auch noch hinkriegen und die packen wir jetzt einfach mal nach hier. Das ist einfach so riesig, ne? Ich glaube, die kriegen wir aber nicht sonderlich voll, warte mal, wo ist der hin? Da! Wie, kein Strom? Die ist zu groß, ich pack die mal hier an. Oder sehen die so aus? Ach nee, aber die sind dunkler, ne? Krass eigentlich. Okay, warte mal, ich werde mal versuchen, ein paar Disketten leer zu machen, um zu gucken, ob da drauf dann die Sachen gehen. Hier oben, die sind relativ voll. Machen wir hier die Priorität eben hoch, einfach auf 1, ist höher als bei allen anderen und jetzt Achtung. So, jetzt können die hier oben wieder rein und jetzt gucken wir mal ganz kurz, die sind jetzt komplett leer und gerade habt ihr gesehen, gerade hatten wir einige Disketten, die halt sehr, sehr voll waren. Die sind jetzt, haben sie jetzt auf die anderen Sachen verteilt oder sind auch schon ein paar Disketten voll, aber die ist auch orange geworden. Orange heißt, wir haben alle Typen belegt, haben aber nicht jetzt alle, wie soll ich sagen, ähm, alle Bytes belegt. So, da sind jetzt 1,3, ne, wie viel? Voll viel, ne, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 100, 200 Millionen Items drauf, oder? Ah, hier die Steine sind da drauf. Kabel, Deep Slate und Tuff. Aha, aber sind nicht so viele wie gedacht. Größte Diskette gecraftet und ihr seht schon, es ruckelt auch ein bisschen. Das ist auch einer der Gründe, warum wir langsam beenden und ich habe euch ja auch gesagt, wie man das eventuell verhindern kann. Dazu kommen wir gleich nochmal. Nochmal ganz kurz zum Turm. Der geht von der untersten Ebene, also nahezu vom Bedrock aus, bis zum, also bis zur höchsten Ebene. Die Antenne macht den Rest, die sieht man jetzt gar nicht. Und da sind halt sehr, sehr viele Modifikationen drin. Ich habe das Modpack auch angefangen, ohne die Quests mehr anzugucken oder ohne die Quests zu machen. Ich habe das einfach freigespielt. Jetzt die Quests noch zu machen, ist halt ein bisschen blöd, weil wie gesagt, das Modpack ruckelt, jetzt der Turm ruckelt. Dafür, dass hier so viele Modifikationen drin sind und wir bei Folge 103 oder so sind, ist das echt erst sehr spät aufgetreten. So, wir können jetzt hier die Tür auf und zu machen. Wir sind hier in der Eingangshalle und da das auch die letzte Folge ist, nochmal ganz kurz, ist der Link zum Download auch in der Videobeschreibung. Oder der, also den kann man jetzt erstmal ganz normal runterladen und nachher landet die Map auch in einem Maparchiv. Die Mitglieder kennen das Maparchiv, denn es gibt für die Mitglieder ein Maparchiv. Jetzt habe ich es ganz oft gesagt, sehr gut. So, hier sind die Etagen, wir sind immer empfangen. Wir gehen jetzt einfach mal von unten nach oben, damit ihr auch seht, wie der Tower ist und wie man das verhindern kann, dass der Tower ruckelt, beziehungsweise dass ein Modpack generell ruckelt. Das machen wir nächstes Mal, glaube ich. Und zwar müsst ihr am besten die Etagen abschaltbar gestalten. Jetzt läuft hier alles. Es begrenzt sich dann in dem Sinne, wenn irgendwie alles voll ist. Hier, wenn hier alle Kuchen stehen, wenn die Mana-Sachen voll ist, hört hier unten die Anlage auf prinzipiell. Außer jetzt hier, wo wir die Truhen gesetzt haben, da wächst das halt die ganze Zeit weiter. Aber man müsste eigentlich alle Maschinen Redstone binden, also dass sie auf Redstone reagieren und dass man dann auf jeder Etage einen Schalter hat, um die Etage auszumachen. Das wollte ich bei Time auch mal machen. So könnte man dann hergehen und sagen, passt auf, ihr habt das Aufnahmen, ihr habt das Stream, jetzt machen wir die Etagen aus, die wir nicht brauchen. Und dann kann das Ganze geschmeidiger laufen. So, jetzt läuft jede Etage einfach durch und das braucht halt alles Ressourcen. So, hier ist auf jeden Fall die Mana-Etage. Hier wird Mana produziert mit Kuchen. Das wird dann über ME-Tunnel nach oben geschickt. Hier haben wir auch richtig hart getunnelt, muss ich sagen. Dann ist hier die Power-Abteilung. Hier wollte ich mal ganz kurz gucken, wie viel Power aus diesen Power-Reaktoren kommt. Alter, wie oft ihr jetzt Power gesagt habt, ne? Geht auf jeden Fall auch sehr, sehr krass ab. Haben wir nachher auch abgebrochen, weil die Nuke trotzdem halt acht Jahre braucht, bis sie voll ist. Aber als generelle Stromversorgung kann ich das auch empfehlen. Das ist einfach super OP. Eine Etage höher ist die Mob-Farm. Abschaltbar, sonst würde hier gar nichts mehr laufen. Also das ist jetzt auch wirklich extrem. Vorher konnte man die wenigstens ganz normal benutzen. Also dann ist hier, wenn man die Mob-Farm angemacht hat, ist hier die FPS-Zahl auf 10 FPS gegangen oder auf 15. Dann hat man ausgemacht, dann ist wieder alles butterweich gelaufen. So, die Mob-Farm. Dann ist hier noch die Mob-Farm. Item-Aufbewahrung. Alles am Mamesesystem angebunden. Und ganz wichtig, Magnete aus. Deswegen sind überall diese Magnetschilder. So, eine Etage höher ist die Portalebene. Hier sind so ein paar Welten. So ansatzweise dargestellt. Und mit dem Stein kommt man quasi zu allen anderen Welten, wo ich so einen Stein gesetzt habe. Und das ist der normale Overworld-Stein, den man halt überall findet, der in jedem Dorf halt hängt. So, nächste Etage. Die Garden-Lodge-Etage. Das ist einer der aufwendigsten Etage. Und ich muss auch sagen, ich hätte nicht gedacht, dass ich alle Seeds mache. Im Nachhinein sind noch ein paar dazugekommen, weil die Version ja immer geupdatet wurde. Aber prinzipiell sind ja alle Seeds drin. Und diese craften sich auch automatisch hoch. Zum Beispiel in Netherite haben wir jetzt hier 10, nee, 11.000 knapp. Von 537 Millionen passen da hin. Also, Platz ist auf jeden Fall noch da. So, nächstes Ding. Die Inferium-Etage. Die haben wir mal angelegt, weil wir relativ viel Inferium am Anfang brauchten, um diese Seeds zu craften. Könnte man jetzt theoretisch auch ausstellen. Ich glaube, die könnte man sogar hier ausstellen, ne? Heißt, die Anlage wächst jetzt bis Maximum und hört dann auf. Wobei, ich glaube, hier sind noch gar keine Seeds mehr drin, ne? Ich glaube, die wurden alle mit raus. Doch, sind eigentlich schon da. Dann dauert es nur gerade. Ne, die setzt gerade keine, ne? Ärgerlich. Okay, weiter geht's. Hier ist die Konkrete-Etage. Das war eines der ersten Etagen, die ich gebaut hatte. Einfach jede Konkrete-Sorte wird hier automatisch hergestellt. Und die ballert halt auch gerade hoch bis 2,1 Millionen. Vielleicht hätte man das auch nicht unbedingt anmachen sollen. Wobei, die begrennt sich jetzt hier auch gerade selber anhand von, ja, eigentlich von der Dye-Essenz, ne? Die fehlt hier quasi überall. Die Farb-Essenz, damit dann hier die Farbe gemacht wird und dann geht das Ganze hier unten rein. Aber 376.000 White-Concrete ist schon mal gut. Dann haben wir hier noch Lithium. Das brauchten wir auch für was. Das läuft halt auch die ganze Zeit durch. Wie gesagt, da am besten irgendwie Sachen, die man ausschalten kann. Oder auch hier die Bäume, weil ich Blätter brauchte. Für mehr ist das hier auch gerade nicht. Da sind überall Indestructible or the Modium-Exe drin, weil die gehen halt nicht kaputt. Mit Silk-Touch war da drauf, ne? Genau, Silk-Touch und Efficiency, umso schneller läuft. Und deswegen kriegt man auch die Blätter, weil da Silk-Touch drauf ist. Nächste Etage. Reaktor-Etage. Der Reaktor läuft ganz normal mit Oranium und der Reaktor läuft mit dem Müll von dem Projektor. Äh, Reaktor. Weil das ja aufbereitet wird. Läuft ganz gut. Einer der Reaktoren bringt so viel wie die Hälfte von den anderen Reaktoren, die wir gerade gezeigt haben. Sehr, sehr krasses Ding hier. Nächste Etage. Ah ja, eine Besonderheit noch. Die Energie wird über das ME-Kabel getunnelt. Also die Energie geht quasi in so ein ME-Kabel rein. Und kommt an jeder Etage aus den ME-Kabeln wieder raus. Muss man halt separat rausziehen. Aber das ist auf jeden Fall ganz gut. Vielleicht machen wir das bei Kev auch. Kann sein, dass nicht, aber vielleicht schon. Nächste Etage. Und eine Batterie haben wir ja auch noch. Die hätten wir eigentlich noch ein bisschen größer machen sollen. Wäre auf jeden Fall auch voll geworden. Sehr, sehr krasser Multi-Block. Der Empfang haben wir gerade schon gesehen. Hier sind wir auch auf der grünen Ebene. Dann ist hier der ME-Kern mit relativ vielen Tunneln und einem Design, was ich so noch nicht gebaut hatte. Aber ich glaube, das wird mein zukünftiges Design. Weil da passt halt mega viel dran und das sieht einfach ganz cool aus. Und mit einer dedizierten Stromversorgung. Und zwar Thermogeneratoren von Immersive Engineering. Die speisen nur den Kern. Als ich diese riesen Rezepte gemacht hatte, hat der Strom für das ME-System nicht ausgereicht. Weil einfach 80.000 Items gerade irgendwo hingeschoben wurden. Und dann ist der manchmal zusammengebrochen. Deswegen hatte ich hier zwischenzeitlich auch mal das Kabel dran. Nochmal ganz kurz dazu. Hier ist das WLAN-Sicherheitssystem. Ohne das funktioniert es halt nicht. Und hier sind nochmal die Requester. Auch richtig geile Maschine, die immer eine gewisse Anzahl an Items im System lassen. Und sobald man im System unter die Anzahl der Items kommt, wird automatisch nachgecraftet. Nächste Etage. Die Autocrafting-Anlage und die Disketten-Abspeicher-Anlage. Ich hatte mal, ich glaube um die 300 Disketten schon gecraftet. Wir hätten jetzt auch alle anderen Schränke mit diesen normalen Disketten füllen können. Aber ich wollte halt mal eine riesige machen. Und deswegen hatte ich eine riesige mal gemacht. Die jetzt irgendwie aus ist. Obwohl die anders. Ganz komisch. Und ja, und normalerweise hätte man jetzt hier überall diese 64K-Disketten reingemacht. Das hätte auch locker gereicht für das Projekt. Autocrafting-Anlage. Autocrafting-Prozessoren. Dann ist hier noch eine Anlage. Ich glaube seit der Anlage, seit der ruckelt es auf jeden Fall, glaube ich. Die nur für die Disketten die Sachen macht. Also unglaublich viel. Oh, wir haben zwei Meta-Balls. Ach, deswegen. Da wurde bestimmt mal irgendwas leer gelutscht. Und dann wurde das andere da reingedrückt. Das ist natürlich dumm. Aber läuft auf jeden Fall. 3,5 Millionen Zertus-Quartz-Crystals. Dann hier noch die superschnelle Prozessoren-Anlage. Generelle Autocrafting-Anlage auf der Seite noch. Dann haben wir hier maximale Verzauberung. Der Tisch ist auch maximal ausgestattet mit Eterna, Quanta und Arcana. Das ist diese, wie heißt die Mod? Apotheosis, glaube ich. Naja, steht ja da oben. Mit einem sehr, sehr hochwertigen Verzauberungsequip. Also das musste man drumherum bauen, damit das halt, zumindest den Bereich, damit das quasi alles auf Maximum. Das sieht man auch oben, glaube ich. Oben in der Mitte jetzt. Also da. 50 von 50. 100 Prozent, 100 Prozent. Und Rectification 3 Prozent. Das weiß ich gar nicht, was das ist. Aber schon sehr, sehr gut. Und hier ist auch noch ein verzauberter Anvil mit Soulbound, Obliteration, Splitting und Unbreaking. Dann haben wir hier noch eine Küche gebaut. Kannte ich damals auch noch nicht, beziehungsweise als wir das gebaut haben. Klar kann ich die Küche. Aber ich wusste nicht, dass das ein Multi-Block ist. Das ist sehr, sehr geil. Man kann jetzt einfach hier reingehen, kann sich ein Item wählen, klickt das Fünfe an oder hier aus einem Bacon. Und dann wird es einfach gemacht. Automatisch. Einfach Multi-Block. Und die Items sind einfach, oder die Küchensachen sind einfach irgendwo drin. Ich sehe es schon. Nächstes Mal haben wir Storage-Busse drin, Busse, oder Glotschen, die die Sachen immer befinden. Und dann kann man sich alles mögliche aus der Küche nehmen. Wie cool ist das denn, bitteschön? Schlafzimmer fehlt noch irgendwie. Aber ich will jetzt auch nicht irgendwas bauen, nur damit wir halt Folgen haben. Vor allen Dingen, wie gesagt, es ruckelt hier drin. Botania-Etage, die genährt wird von der untersten Etage, wo die Mana produziert wird. Das Mana produziert wird. Hier kommt man auch in die andere Dimension von Botania. Auch durch einen Zusatzmod. Hier sind die Botania-Rüstungen. Ein Kunstrasen-Balkon. Dann hier verschiedene automatische Produktionen, wie Living Wood und Living Stone. Hier dann die ganzen Platten, wo man auch die Items herstellt. Und ja, hier ist dann noch die Boss-Ebene. Sieht auch sehr leer aus. Und hier, wo wir dann noch den Mjölnir gebaut haben. Mjölnir, wo bist du? Oh nein, wo bist du? Ah, hier ist er. Nur deswegen. Aber der ist einfach so cool, oder? Wir müssen nur noch schneller laufen. Moin! Dann ist hier die Industrial Foregoing-Etage. Und hier haben wir auch was krasses gebaut. Und zwar den Laser-Drill. In der 1.8er-Version sieht er sehr, sehr viel krasser aus, als in der vorherigen Version. Und das funktioniert auch einfach super. Wie viel da einfach auch zustande kommt, ne? Ah ja, genau. Hier haben wir Schutzschilde mit der Helf-Tools. Kann man durch. Kann man aber auch einstellen, dass die solide sind. Und da kann man die, glaube ich, ausmachen, ne? Ja, wenn man mal durchlüften will. Einmal Durchzug. Oh, stickige Luft. Luftaustausch. Fertig. Hier ist die Create-Etage. Haben wir auch relativ wenig gemacht. Hätte man noch mehr machen können. Aber trotzdem Bock gemacht. Dann ist hier die Immersive Engineering-Etage. Mit, was ist das nochmal? Feed the Bees Industrial Contraptions. Ah, nice. Haben wir auch nochmal ein paar Sachen gebaut. Dann ist hier die Biene-Etage. Hätte man auch so viel noch machen können, kam der Biene einfach nicht gerecht. Aber ich weiß jetzt, wie es funktioniert. Und ich finde es schön, dass wir das generell mal gemacht haben. Weiter oben ist die Create-Produktion. Hier fehlte auch noch was, was da hin sollte. Ich glaube, rauskommen wir jetzt hier nicht mehr, ne? Und ganz oben war dann noch die Klimaanlage. Optisch zumindest. Und da drüber gab es dann noch den, ja, den Lightning Rod. Was auch immer noch zwischendurch Strom macht. Also wir sind ja hier in einem Wüstenbiom. Da ist keine, kein Blitz, kein Gewitter, kein, also da ist nichts. Aber hier hinten ist ein anderes Biom. Achtet mal, oben rechts unter der Karte seht ihr das jetzt? Hier ist Windswap Beach. Da hat man mal Blitze. Und die wurden eingefangen und in unsere Stromanlage reingeschweißt. Auch ein sehr, sehr geiles Ding. Und ich habe vor, das nächste Projekt ein bisschen mehr auf Create- und Immersive Engineering. zu beinden. Also, dass man damit viel, viel mehr macht. Da habe ich mega Bock drauf. Und das Ganze dann in so einer, ja, Spalte. Aber ich warte noch, bis Create für die einzelnen 19 rauskommt. Damit wir dann in der neuesten Version ballern können. Um dann auch wirklich alle Updates reinzumachen. Sofern es dann geht. Okay, das war soweit der Turm. Mit allem, was dazu gehört. Nochmal Dankeschön an das Gärtnerteam. Was hier auch mitgeholfen hatte, das drumherum schön zu machen. Vielen lieben Dank nochmal dafür. Und ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr der ganzen Folge, dem ganzen Projekt, einen Daumen nach oben gibt. Also jetzt haut nochmal richtig raus für diesen Turm, den ihr auch in der Videobeschreibung findet. Also, vielen lieben Dank dafür, dass ihr alle dabei wart. Und wir sehen uns dann im nächsten Projekt wieder. Eventuell, wenn alles klappt, werden wir Sonntagabend sogar schon ein bisschen spielen. Aber ich glaube, da ist Create noch nicht draußen. Deswegen müssen wir da nochmal schauen. Vielleicht gucken wir da auch nur Maps oder so. Auf jeden Fall, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Fürs Dabeisein. Und Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.